Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin total überrascht. Ich habe die Einladung vom Herrn Pastor Bielefeld gerne gelesen und wirklich bin ich sehr gerne gekommen, zumal ich schon fast fünf Jahre im Ruhestand bin. Deswegen hat mich diese Einladung hier wirklich sehr gefreut. Und ich muss zurückdenken, ganz kurz, auf die Episoden, die wir gemeinsam hatten. Es war ein junger Architekturstudent, der bei uns im Stadtplanungsamt erschien, mit dem Herrn Pastor, eine Diashow brachte, und dann können wir das bauen. Na ja, gut, müssen wir mal schauen. Bebauungsplan überprüft, baurechtliche Vorschriften überprüft, Ortschaftsrat, Ortschaftsrat lange Diskussionen geführt, aber es ging alles glatt. Wir konnten den Ortschaftsrat wirklich anhand der Diabpräsentation optimal überzeugen und letztendlich hat dann der Bauerschuss der Stadt Laar auch seinen Segen dazu gegeben und nun die Baurechtsbehörde, Herr Kari, zum Abschluss die Genehmigung erteilt. Das war an und für sich die kurze Zeitspanne, aber trotzdem intensiv von der Planungsphase, die ich oder das Stadtplanungsamt, Herr Kari, Herr Blum noch mit Ihnen zusammen geführt haben. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch für das gelungene Werk. Es ist sehr gut geworden, wir hatten die Diabpräsentation auch vom Innen her damals gezeigt und wenn ich so zurückdenke, sie ist noch schöner geworden als wir auf dem Dias. Herzlichen Dank und Gottes Segen für Ihr wunderschönes Gemeindehaus. Dankeschön. Dankeschön.